Nachdenkseiten Die kritische Website Wie starben die Menschen in dem Keller in Duma im Jahr 2018? Ein Artikel von Karin Leukefeld Debatte im UN-Sicherheitsrat über die Risiken der Politisierung der OPCW Fünf Jahre ist es her, dass Aktivisten der Weißhelme, die sich selber auch als syrischer Zivilschutz bezeichnen, schreckliche Bilder um die Welt schickten Ort des Geschehens war der Ort Duma, es war der 8. April 2018 Ganze Familien seien vergast worden, so die Weißhelme über ihren Twitter-Account Die Menschen hätten Schutz in einem Keller gesucht und seien dort an giftigem Gas erstickt Die Zahl der Toten liege bei 40, der syrische Zivilschutz versuche weiter zu retten und zu bergen Soziale Medien, westliche Nachrichtenagenturen und Medien, die den Twitter-Account der Weißhelme seit Jahren abonniert hatten, sorgten für rasche Verbreitung der Bilder Unter der kurzen Botschaft der Weißhelme waren sechs Fotos von Leichen eingefügt Vier Bilder zeigten Frauenleichen, ein Bild zeigte ein Baby, ein Bild zeigte Leichen, die übereinander lagen Die Bilder waren offenbar einem Video entnommen, das von den Toten aufgenommen worden und ebenfalls verbreitet worden war Die Toten sahen aus, als hätten sie nach Luft geschnappt, aus den Mündern voll weißer Schaum Die Weißhelme beschuldigten die syrische Regierung, über Duma-Fassbomben mit giftigen Chemikalien auf die Zivilbevölkerung abgeworfen zu haben Um ihre Angaben zu unterstreichen, verbreiteten sie neben den beschriebenen Bildern auch Aufnahmen aus einem Krankenhaus Zu sehen waren Männer, die mit Kindern auf den Armen in einen Untersuchungsraum stürzten und begannen, den Kindern die Kleidung vom Leib zu reißen Sie spritzten die weinenden und hustenden Kleinen mit kaltem Wasser ab und drückten ihnen Atemmasken auf die Gesichter Medizinisches Personal, das mit der Versorgung anderer Menschen beschäftigt war, stand abseits und beobachtete das Geschehen Diese Entwicklung ging in einem Tsunami von Anschuldigungen gegen die syrische Regierung und Armee weitgehend unter Die Hilfsorganisation der Syrisch-Amerikanischen Medizinischen Gesellschaft, kurz SAMS, erklärte Eine Bombe mit Chlorgas habe das Krankenhaus von Duma getroffen und sechs Personen getötet Eine zweite Bombe mit verschiedenen Giftgasen, darunter auch Nervengas, habe ein nahegelegenes Gebäude getroffen Man habe die UNO, die US-Regierung und europäische Regierungen kontaktiert Das US-Außenministerium forderte, eine umgehende Antwort der internationalen Gemeinschaft sollte der Giftgasangriff sich als wahr erweisen Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Norrett, sagte, die syrische Regierung und ihre Unterstützer müssten zur Rechenschaft gezogen werden Russland müsse seine anhaltende Unterstützung für Syrien sofort stoppen und, Zitat, mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren um weitere barbarische Chemiewaffenangriffe zu verhindern, Zitat Ende Zu diesem Zeitpunkt war das OPCW-Untersuchungsteam bereits auf dem Weg und kam am 14. April 2018 in Beirut an Ihre Weiterfahrt nach Damaskus wurde gestoppt, weil die USA, Großbritannien und Frankreich in der Nacht vom 14. auf den 15. April einen groß angelegten Luftangriff auf Syrien starteten Danach verzögerten sich die Untersuchungen vor Ort wegen der prekären Sicherheitslage in Duma Nach der Rückkehr nach Den Haag wurden alle in Duma genommenen Proben an zwei verschiedene Labors geschickt was der protokollierten Vorgehensweise der OPCW bei entsprechenden Untersuchungen entspricht Eines der Labore, das die originalen Duma-Proben untersuchte, bestätigte die Schlussfolgerungen, zu denen das ursprüngliche Duma-Untersuchungsteam gekommen war Der Schaum, den die Toten auf den Fotos zeigten, müsse von einem Nervengas stammen, hieß es Doch keine der Proben aus Duma enthielt Spuren von giftigem Chlorgas noch von Nervengasen wie Sarin Nach weiteren Untersuchungen verfasste das ursprüngliche Duma-Untersuchungsteam einen ersten Zwischenbericht, der die Laboruntersuchungen enthielt Dann geschah nichts, bis das Duma-Untersuchungsteam feststellte, dass ein neuer Zwischenbericht auftauchte, deren Autoren unklar waren Ihr ursprünglicher Bericht kam nicht mehr vor Wesentliche Informationen des ursprünglichen Zwischenberichts waren nicht mehr enthalten oder waren verändert worden Bitten, die Auslassungen und Veränderungen zu diskutieren, wie es bei der OPCW vorgesehen ist, wurden abgewiesen Das Team wurde seiner Aufgaben entbunden OPCW entfernt sich von eigenen Untersuchungsergebnissen Am 1. März 2019 veröffentlichte die Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen den Abschlussbericht der Fact-Finding Mission Duma, kurz FFM Darin hieß es unter Punkt 2, Punkt 17 Hinsichtlich des angeblichen Einsatzes von giftigen Chemikalien als Waffe am 7. April 2010 in Duma, Syrische Arabische Republik haben die Auswertung und die Analyse aller Informationen, die von der FFM zusammengetragen wurden ausreichende Begründungen erbracht, dass eine giftige chemische Substanz als Waffe eingesetzt wurde Diese giftige chemische Substanz enthielt reaktives Chlor, die giftige Chemikalie war vermutlich molekulares Chlor, Zitat Ende Das aber hatte das Untersuchungsteam in Duma gerade nicht herausgefunden Aufzeichnungen eines der Inspektoren gelangten auf unbekannten Weg an die Öffentlichkeit woraufhin der Inspektor von Sicherheitskräften aus dem OPCW-Gebäude entfernt wurde Im Oktober 2019 wandte sich dann ein weiterer Inspektor mit seinen abweichenden Untersuchungsergebnissen an eine kleine Öffentlichkeit Die Nachdenkseiten haben darüber berichtet Dieser Artikel ist im Schrifttext verlinkt Wie starben die Menschen in einem Keller in Duma? Am 24. März befasste sich erneut der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema Die Sitzung fand im ARIA-Format statt Das Thema lautete Risiken, die sich aus der Politisierung der Aktivitäten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen ergeben Eingeladen waren zwei Redner Ali Ashka Soltanye, ehemaliger UN-Botschafter des Iran und heute Präsident des Internationalen Instituts für Studien des Mittleren Ostens in Wien Und Aaron Maté, Journalist von der Internetplattform Greyzone der bereits früher vor dem Gremium über seine Recherchen gesprochen hatte Ali Ashka Soltanye, der seit vielen Jahren auf internationaler Ebene im Bereich der Abrüstung tätig ist beriet die syrische Regierung im Jahr 2013 Anlass waren ungeklärte Giftgasanschläge im Umland von Damaskus mit hunderten Toten Soltanye ging im Wesentlichen auf die Umsetzung der Chemiewaffenkonvention und des OPCW-Protokolls während der Untersuchungen in Syrien ein In dem Zusammenhang verwies der Diplomat unter anderem darauf dass es der syrischen Regierung nicht in jedem Teil des Landes möglich ist ehemalige Chemiewaffenlager zu kontrollieren Weite Teile des Landes, besonders nach 2012 und tatsächlich bis heute werden von ausländischen Truppen besetzt gehalten, so Soltanye Auch Duma und anliegende Orte östlich und südlich von Damaskus wurden bis 2018 von verschiedenen bewaffneten Gruppen kontrolliert Duma wurde von 2012 bis 2018 von der Armee des Islam sozusagen regiert Der Journalist Aaron Matthei wies darauf hin dass in all den Jahren nichts getan worden sei um das wirkliche Geschehen in Duma im April 2018 aufzuklären Niemand wisse bis heute, wie, warum und wann die Menschen gestorben seien die in einem Keller in Duma fotografiert und gefilmt worden waren Stattdessen habe die Organisation für das Verbot chemischer Waffen die Untersuchungsergebnisse des eigens nach Duma entsandten Inspektorenteams unterdrückt Matthei erinnerte daran, dass das, was nach der Rückkehr des ursprünglichen OPCW-Untersuchungsteams Duma geschah, kaum die Öffentlichkeit erreichte Nachdem die Inspektoren den Widerspruch bestätigt sahen, dass die Toten in dem Keller vermutlich an Nervengas gestorben waren, sich aber in den genommenen Proben weder Rückstände von Nervengas noch von Chlorgas fanden, holten sie laut Matthei erneut Expertise ein Dieses Mal baten sie Militärtoxologen in einem deutschen Labor um deren Einschätzung Diese seien einhellig zu dem Ergebnis gekommen, dass die Symptome der Opfer auf den Duma-Bildern der Schaum nicht auf Chlorgas zurückgeführt werden könne Einer der OPCW-Inspektoren, der anders als zwei seiner Kollegen öffentlich keine abweichende Meinung zu den späteren offiziellen OPCW-Duma-Berichten äußerte und an dem Treffen mit dem deutschen Militärtoxikologen beteiligt war schrieb später in einer E-Mail, dass einer der Deutschen den Gedanken aufgebracht habe es könne sich um einen sogenannten inszenierten Angriff gehandelt haben Doch auch diese Informationen verschwanden, wie der ursprüngliche Zwischenbericht des ursprünglichen Duma-Teams aus den späteren offiziellen OPCW-Berichten Stattdessen wurden weitere Toxikologen befragt, deren Ergebnisse ebenfalls nicht mitgeteilt wurden Schließlich wurde eine Art Sondermission eingerichtet, die in der Chemiewaffenkonvention nicht vorgesehen ist Das neu gegründete Untersuchungs- und Identifikationsteam, kurz IIT, erhielt gegen erheblichen Widerspruch einer Minderheit der OPCW-Mitglieder das Mandat, Individuen und Institutionen, Gruppen und Regierungen zu identifizieren, wenn sie direkt oder indirekt Chemiewaffen eingesetzt haben sollen Der Anlass der IIT-Gründung war offensichtlich Syrien Syrien erklärte, nicht mit IIT kooperieren zu wollen, weil die Gründung nicht den OPCW-Statuten und der Chemiewaffenkonvention entspreche Syriens Mitgliedschaft in der OPCW wurde schließlich wegen Nicht-Erfüllung seiner Mitgliedspflichten suspendiert Das Untersuchungs- und Identifikationsteam präsentierte im Januar 2023 einen dritten Duma-Bericht, der im Schrifttext verlinkt ist Danach soll es, Zitat, Vernünftige Gründe geben, die syrischen Luftstreitkräfte als Täter für den Chemiewaffenangriff auf Duma 2018 zu identifizieren, Zitat Ende Neben zahlreichen Widersprüchen, auf die Errol Matthäe in seiner Stellungnahme einging, sticht besonders heraus, dass das IIT-Team gar nicht in Syrien, geschweige denn in Duma war Es präsentierte allerdings einen neuen Beweis, den die OPCW bereits im Juli 2018 von einer dritten, namentlich nicht benannten Seite erhalten haben will In früheren Beweisstücklisten kommt dieses Beweisstück nicht vor, so Matthäe Der IIT-Bericht weise mehr Fragen als Antworten auf Augenzeugen berichten Journalisten in Damaskus Anfang Februar, wenige Tage vor dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien, wurde der IIT-Bericht vom syrischen Botschafter bei der OPCW Milad Attia scharf kritisiert Bei einer Pressekonferenz in Damaskus warf er der OPCW vor, sich dem Druck aus Großbritannien, Frankreich und den USA zu beugen und Berichte zu verbreiten, die von westlichen Ländern und Israel gegen Syrien vorbereitet würden Die Vorwürfe gegen Syrien hielten an, obwohl das Land nachweislich und von der OPCW 2016 bestätigt, seine Chemiewaffen abgegeben habe Die letzten seien in Texas, USA vernichtet worden Attia warf den USA, Großbritannien und Frankreich vor, die OPCW zu manipulieren, um sich der Verantwortung für den völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien im April 2018 zu entziehen Die drei westlichen Vetomächte im UN-Sicherheitsrat hatten die damals zügig eingeleitete OPCW-Untersuchung mit ihrem nicht autorisierten in Anführungszeichen Vergeltungsschlag verzögert Bei der Pressekonferenz in Damaskus am 2. Februar 2023 kamen Bewohner aus Duma zu Wort, die als Augenzeugen über die Geschehnisse am 7. April 2018 berichteten Der Arzt Dr. Hassan Ejon, der an dem Tag im Krankenhaus von Duma Dienst hatte, berichtete, dass die Armee des Islam, die damals Duma und auch das Krankenhaus kontrollierte, die Ambulanzkräfte bereits am Tag vor dem Vorfall auf ein mögliches Ereignis vorbereitet habe 40 Personen seien mit Atembeschwerden gekommen, niemand habe Anzeichen chemischer Vergiftung gehabt Es habe keine Toten gegeben Die angeblich vergifteten Kinder, die in einem Film zu sehen waren, seien unsachgemäß von Männern behandelt worden, die nicht zum Krankenhaus gehört hätten Die Kinder seien verängstigt gewesen und mit kaltem Wasser abgespritzt worden So seien die Bilder entstanden Keines der Kinder sei gestorben Schaich Ratib Najee, Imam der Moschee von Duma, sagte, er sei zu den Verantwortlichen der Armee des Islam gegangen, um die Opfer des Chemiewaffenangriffes, über den gesprochen worden sei, abzuholen und den Familien zur Beerdigung zu übergeben Er sei abgewiesen worden, die Leichen seien verschwunden Niemand wisse, wo sie beerdigt worden seien Grund zur Besorgnis Während westliche Regierungen, Diplomaten und Medien nicht auf diese Stimmen eingehen, haben sich zahlreiche OPCW-Inspektoren und hochrangige ehemalige UN-Diplomaten in einer Erklärung der Besorgnis zu Wort gemeldet Auch sie werden von westlichen Medien gemieden oder gar diffamiert Der ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretär Hans von Sponnek Ehemaliger Leiter des UN-Programms Öl für Nahrungsmittel Im Jahr 2000 war er aus Protest gegen die Folgen der UN-Sanktionen gegen den Irak zurückgetreten Konnte über seine Bedenken zu den Vorgängen um die OPCW vor dem UN-Sicherheitsrat im April 2021 bei Greyzone sprechen Im Schrifttext ist der Beitrag verlinkt Dem ersten Generalsekretär der OPCW, dem Brasilianer José Bustani wurde dagegen wenige Monate zuvor, im Oktober 2020 von den Vertretern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands im UN-Sicherheitsrat das Rederecht versagt Die Schieflage wird größer Die USA sind im UN-Sicherheitsrat dazu übergegangen, alle Versuche Russlands, die Situation in der OPCW und das unerklärte Vorgehen in Sachen des angeblichen Giftgasangriffes auf Duma zu besprechen und transparent zu machen, als Desinformation abzutun Das Auswärtige Amt in Berlin teilt bei Anfragen in der Sache mit beispielsweise, ob Berlin bereit sei, die Inspektoren mit abweichenden Meinungen zu den OPCW-Duma-Berichten dabei zu unterstützen sich OPCW intern über die widersprüchlichen Angaben austauschen zu können Es handele sich um Versuche, die OPCW zu diskreditieren Je weniger allerdings andere Einschätzungen gehört oder als Desinformation abgetan oder gar, wie mit russischen Medien geschehen, verboten werden desto größer wird die Schieflage desto mehr sinkt das Vertrauen in die UNO und deren völkerrechtlich bindende Abkommen und Institutionen Verschärft wird das durch eine nicht definierte, von westlichen Staaten propagierte, regelbasierte Ordnung die sich zunehmend an die Stelle von UN-Charta und internationalem Recht setzen will Was Duma betrifft, damals wie heute ist die Frage nicht beantwortet wie die Menschen im April 2018 in dem Keller in Duma ums Leben kamen Die Symptome weisen auf den Einsatz von Nervengas hin das von dem ursprünglichen OPCW-Untersuchungsteam weder in dem Gebäude noch drumherum gefunden wurde Die OPCW-Berichte und der jüngste IIT-Bericht behaupten Die Menschen seien bei einem Angriff der syrischen Armee mit Chlorgas getötet worden Aber es wurde auch kein Chlorgas in dem vor Ort genommenen Proben gefunden Die Opfer und ihre Familien warten auf Gerechtigkeit Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie auch etwas tun, dann Sie können uns auch bei Abgeordneten der Nähe